So Leute, da geht's mal los. Viel Spaß. So Leute, da geht's. So Leute, da geht's los. 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 So, da geht's los. So, da geht's los. So Leute, da geht's los. So Leute, da geht's los. So, 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 oben werden jetzt die Spitzen weggeschnitten. Dann raus. Die Blumen legen wir hier zur Seite. Die Blumen legen wir hier. 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 Die Blumen. Die Blumen Ayers. Die Blumen legen wir hier. Ich schau... Rino Schärer muss ich holen. Jetzt komme ich nämlich besser an das Teilrand. Die Schare schneidet nicht. Nicht immer schneidet diese Schuze. So, den haben wir. Ein langer Stab ist drin, der Wahnsinn. Noch einmal. Wahnsinn. Was eine Rotke. Wahnsinn. Guck dir mal die Wurzel an. Mit diesem großen Stock. Heftig. Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier wieder ein Loch. Das geht jetzt hinten. Den nehmen wir auch gleich mit. Da viel zu tun hier in Gortenweide. Aber wir schaffen das. So. Wenn euch das gefallen hat. Der kleine Gortenrundgang. Da hinten liegt wieder der Top um. Da hinten müssen wir noch umgraben. Na ja. Das geht schon. War es gut. Bis heute Abend zum Livestream. Bis heute Abend. Bis heute Abend.